Die Schokocreme Nutella soll zukünftig auch als vegane Variante erhältlich sein. Das verkündete Giorgio Santambrogio, Chef der italienischen Wegegruppe, auf LinkedIn. Nutella Plant Based soll demnach ab Herbst in italienischen Supermärkten stehen. Die Rezeptur ändert sich nur geringfügig, lediglich das Milchpulver wird ersetzt. Die Zutat Palmöl bleibt, obwohl diese gesundheitlich sehr umstritten ist. Außerdem werden zur Palmölgewinnung große Regenwaldflächen gerodet. Unklar ist bislang, ob das neue Produkt auch in Deutschland auf den Markt kommt. Jedoch hat Ferrero bereits im vergangenen Dezember eine Wortbildmarke für die pflanzenbasierte Variante patentieren lassen. Die Deutschen haben mit einem Kilogramm pro Kopf und Jahr den weltweit höchsten Nutella-Konsum.